Jerusalem und die Propheten Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt? Bitte ergänzen. Aber ihr habt nicht gewollt. Jerusalem und die Propheten Zur selben Stunde kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm, Geh weg, zieh fort von hier, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, Geh und sag diesem Fuchs, Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern, denn ein Prophet darf nicht außerhalb Jerusalems umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft, Gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn.